Hi YouTube, ich bin's wieder, euer PokeManiac und ich habe euch heute wieder eine Tin mitgebracht, Dioxys X, ja, mit dem Lugia, Dioxys und Voltolos Artwork und am meisten freue ich mich bei diesen Tins immer auf die Plasmafrost Booster, ja, schauen wir mal, was sich da drin verbirgt, das sind auch wieder vier Boosteren wie E&J, in den aktuelleren Tins, da hätten wir einmal das Dioxys IX, WW82 Blackstar Promo, ja, und natürlich die Booster, So, da hätten wir zwei Plasmafrost, einmal überschrittene Schwellen und einmal Hardgold Sau Silber, fangen wir mal mit dem Hardgold Sau Silber Pack an, Schrupp, irgendwie ist ja alles durcheinander, Sonnenkern, Kampfenergie, Ledebar, Wolken, Polpix, Sandan, Pokéball Trainer, Pokémon Umkehrung Trainer, Tyrakok, die Reverse-Karte ist ein Ovai und die Rare ist ein Lugia-Legende-Teil, und zwar der obere Teil. Sehr cool, also direkt mal wieder eine Silber-Star-Karte gezogen. Jo, dann schwarz-weiß überschrittene Schwellen, ein Coach, Pokéball, Kamau, Knaklion, Enton, Voltoball, Entoron, passend zu Enton, ein Voingenau, Verkokel, die Reverse-Karte, oh, nein, Computersuche, aus überschrittene Schwellen, ja, sehr doof, die habe ich mir nämlich letztens noch bestellt, für teures Geld, für Stack, naja, okay, ja, jetzt habe ich sie, und ein Elfern, das ist unsere Rare-Karte. Ja, also eine der besten Ass-Trainer-Klasse-Karten, die ich kenne, also darf in keinem Deck fehlen, würde ich behaupten, sehr gut. So, die Plasma-Frost-Packs. Lichtl-Rasaf, Seeper, Gek-Aber, Schallquap, Cesurio, Duodino, Gelatropo, die Reverse-Karte ist ein Zekrom, und zwar ist das eine Rare-Karte, und die Rare ist ein Keklion. Nächstes Pack, und letztes Pack, will nicht so gern raus, wie ich das möchte. Makuita, Gladian-Tree, Nidoran, Menki, Tuskar, Team-Plasma-Ball-Trainer, Duodino, Metang, unsere Reverse-Karte ist ein Dragoneer, und die Rare ein Nachtara. Sehr cool. Ja, dann suche ich nochmal eben die Highlights zusammen. Da hätten wir einmal aus Hardgold-Sol-Silver, Lugia-Legende, der obere Path, einmal Nachtara, Holo, aus Plasma-Frost, und der seltenste Pull, sag ich mal, die Astrainer-Karte Computersuche, aus Schwarz-Weiß, überschrittene Schwellen. Und natürlich Dioxus-Ex. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und ihr schaut auch fleißig wieder zu, wenn ich für euch Tins und so weiter und so fort öffne. Special Packs folgen auch demnächst nochmal. Ja, viel Spaß beim weiteren Zuschauen, wünscht euch euer Pokemaniac. Beniac.